Jetzt starte ich die Aufnahme und heiße euch herzlich willkommen bei meiner ersten Folge The Walking Dead auf dem PC. Ich habe das schon auf der Xbox gespielt. Das ist jetzt die Version mit deutschen Untertiteln, soweit ich das gelesen habe. Habe ich gekauft beim Mediamarkt. 20 Euro hat es gekostet. Ist jetzt keine spezielle Edition oder sowas, aber ich probiere es jetzt mal aus, wie es auf dem PC ist zu spielen und klicke jetzt auf Fortfahren. Verbindung wird hergestellt. Jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt. So. Spiel, Inhalte herunterladen, Einstellungen Spiel verlassen. Also Sub 18. Alle, die hier eben jetzt unter 18 sind, wegschalten bitte, auch wenn es noch so schön ist. So, Spiel. Standard, Hilfe von der Benutzeroberfläche und Feedback bei wichtigen Entscheidungen und Minimal. Deaktivierte Tipps, Hilfestellungen und Wahlmitteilungen auf der Benutzeroberfläche. Aber ich mache es jetzt mal mit Standard. Episode 1, Ein-Huertag. Spiel. Gucken wir mal. Diese Spielreihe passt sich den von dir getroffenen Entscheidungen an. Die Handlung richtet sich nach deiner Spielweise. Das heißt also in dem Fall, alles was ich entscheide, also man kann ja verschiedene Entscheidungen treffen und so entscheidet sich dann eben das Spiel auch. Das ist überall anders. Also wenn jemand die eine Entscheidung gemacht hat und der andere, die andere, kann das Ende ganz anders sein. So. The Walking Dead. Von Telltale. Telltale Games. So. Ich bin jetzt mal still. Episode 1, der Neutag. Neutag und nur Neu ist inzwischen. Der Neutag. Ich weiß nicht, dass du es dann gemacht hast. Ich weiß nicht, dass du es so gemacht hast. Das ist wirklich egal. Nein, nicht viel. Ich habe ein paar Leute nach diesem Prisod gefahren. Wer weiß, wie viele. Es ist meistens jetzt, dass ich das nicht gemacht habe. Nicht von mir. Weil die Leute in deinem Position haben bereits genug gesagt. Hast du es genug gesagt? Wir haben, was sieht aus wie ein 1091-E. Man kann sich oben schon mit dem Maustil jetzt auf die Dirk spiegeln. Die Dirk spiegeln. Das ist nicht so gut. Ich folgte dir ein wenigstens. Du bist ein Macon-Gerner. Du bist ein Macon-Gerner. Du bist ein Macon-Gerner? Ja. Du kamst nach Atlanta in den 70ern zu sein. Ich wollte immer eine Mörder-Gerner-Gerner-Gerner. Dann war ich mit ihm einfach ein Schlamm-Gerner-Gerner-Gerner-Gerner. Du bist ein Chalt. Er ist. Gut. Sie hat die Corona-Personale zu funktionieren. Ich darf das nichtным. Ich bin ja schon Ich bin ja schon Machen wir mit rein. Nein, lieber nicht zeigen. Ich finde, ich habe das Radio kommt dann schon auf uns erwartet, sozusagen. Also ich sehe hier noch nichts. Ja, also irgendwie. Ja. So, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl. Ich habe einen Mann zu fahren. Er war der Schmerz. Er würde nicht aufhören, wie er es nicht gemacht hat. Er war ein junger Mann. Big, soft eyes, hinter einem Smart Folk-Glassen. Er war einfach nach hinten. Er sagte, es war nicht er. Er riecht und riecht. Genau wo du sitzt. Was ist das? Also... Was weiß ich? Er war Herr Krang. Es geht um zu zeigen, dass die Menschen verrückt werden, wenn sie ihre Leben übernommen sind. Ich habe eine gute Idee für euch. Dieser ist ein bisschen weniger Depressant und ein bisschen mehr Hilarious, wenn ich sage so. Diese andere Sache... Das ist... Was ist das? Was ist das? Das war's... Das war's... So... Na ja... Ich kann ja prägen müssen, dass du auf den Bart, weil du sagst ja... Ich bin müde, geht's ja, du. So, jetzt liegt er da so da. Der unschuldige Mensch. Ja. Das tut weh. Ja, jetzt kann man, ah, hier kann man gucken, dann, Polizist. Der, glaub ich, hört dich nicht mehr. Ah. Achso. Ja, ich glaub auch, so, jetzt. Schauen wir nochmal. Ich glaub ich, das Blut zeigt was anderes, diese Schleißspuren. Ah, da geht's auch weiter, okay, was kann man denn hier machen? Ich glaub nicht. Okay, 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 okay. Was ist denn da? Ist da oben irgendwas? Jetzt gucken wir mal noch was. Da. Ja, komm. Du die Scheibe ein. Ich bin wirklich okay. Ah, da kann man jetzt entscheiden, also, so. Und raus mit dem. Ja, das mit der Steuerung ist natürlich ganz anders als auf die Xbox. Das muss ich jetzt erst noch ein bisschen damit klarkommen. Autsch. So, wenn man jetzt so weh, vorwärts, um dich am Auto entlang zu bewegen. Anders bleibt mir ja nicht übrig. Hier kann man sich jetzt dann noch umschauen. Vielleicht kommt ja noch irgendwas ab und nicht zu oder irgendwie schleicht hier rum. Jetzt brauch ich erst mal den Schlüssel. Ach, was ist denn? Ich geh halt hin. Das ist ja schon lange verwandelt. Aber ich brauch mal einen Schlüssel halt für die Handschellen. Ja, dann geh halt. So. Nehm ich mir den Schlüssel. Und das muss ich auch noch selber machen. Hm. Ops. Nimm's. Hey, das braucht ja eigentlich auch noch eine Ordnung. So, gespeichert hat's. Ja. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. What in the hell? What the fuck are you? Oh, mein Gott. Get away from me. Maffee. Where are you? Was it alright? Oh. Mensch, das ist doch echt hier die Mäuse melden Das war der Kopf Ja, ciao Getroffen Getroffen Come on, den Kopf rein schauen Oh man, ist der doof Nee, der tut jetzt nur so nett, was muss ich noch machen? Also bewegen kann ich mich jetzt gerade nicht, was jetzt gerade da hinten ist Oh Oh, halt ab Ah, shit Ich weiß es nicht Ist ja wohl klar Mensch, 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 Mensch Laufen will gelernt sein Brenn 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 Ich tücke schon noch weh Halt Töne Verdamm Töne 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 Ja, das war jetzt mal Tom nom nom Lecker schmecker Da will mir ja einer wohl helfen, das ist aber nett So, wo bin ich hier? Oh, jetzt muss ich von, oh jetzt geht's So, was haben wir denn hier? Tesavis Ja, das war schon nicht schlecht Schauen wir mal, was da noch geht Ich glaube, da müssen wir da dann zum Buch gehen Da ist keine Treppe da hinten So Vermutlich Tür ist schon mal offen So, machen wir mal die Glasstür auf hier Ah, jetzt ja, ich hab's Oh, nur ein bisschen Das ist ja echt mal, nicht schlecht Okay So Jetzt haben wir schon die Weg Ja, hier schaut's sehr verwüstet aus Schauen wir mal, was hier ist im Malbuch Wie süß Gut, mehr zu anschauen geht nicht Hier ist eine Lache, eine Blutlache Lache, meine ich Himmel Ich verstehe Ich weiß, was du denkst Ach du Shit Mensch, da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, dass man da ausrutschen könnte Wie blöd Was da alles gibt Ist da, ist da Alk drin Ne, Mist Welcher Wasser Ah Oh Gott Das könnte jetzt Gift sein, dann würde ich es trinken, ne Naja Aber wenn man nichts hat, würde ich das auch machen So Walkie talkie Hello Okay, was haben wir da noch drin? Milch, oder was? So Hier haben wir auch noch eine Schublade Was? Was ist das? Ich muss es nicht lesen Oh, da wird nichts von Wenn wir da Notiz Okay, gucken wir mal Oh, da ist auch noch eine Schublade Nichts Nichts Hm, nix Und Nochmal nix Ja, die höre ich mir da noch, wenn es geht Es kann warten Ne, da war auch nix Alles voll, aber nichts nützliches Jetzt laufe ich da wieder lang Ja, ja, jetzt rutscht er nicht aus Ist klar Gut, klicken wir mal Three new messages Message One Left at 5.43pm Hey Sandra This is Diana We're still in Savannah Ed had a little incident With some crazy guy Near the hotel So we had to get him Back to the ER And have it checked out Anyway He's not feeling well enough To drive back tonight So we're staying An extra day Thanks so much For looking after Clementine And I promise We'll be back in time Before you do spring break Message Two Left at 11.19pm Oh my god Finally I don't know if you tried to reach us All the calls are getting dropped They're not letting us leave And aren't telling us anything About Atlanta Please Please Just Leave the city And take Clementine with you Back to Murrieta I've got to get back to the hospital And please let me know That you're safe Message Three Left at 6.51pm Clementine baby If you can hear this Call the police Then 911 We love you We love you We love you Oh my god That's already embarrassing Something like that Honestly I haven't said it Okay Oh Hello You need to be quiet I'm not too close So now I'm not a monster Good Sweet girl Where are you? Hmm What's in the middle? Where are your parents? They took a trip And left me with Sandra They're in Savannah I think Where the boats are? Where are you? I'm outside of my treehouse They can't get in Hmm That's smart See? Can you see me? I can see you through the window Hmm 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 Oh man, yeah These are new buttons that I have to hit Oh Damn Oh 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 god, I have a fly Orthodox arm Oh Oh Holy Can I get Oh Holy From every Ah Oh Oh Wait I have a Schädel. Komm mal. Autsch. Da läuft das Hirn. Ist nicht vorhanden. Nö Ich bin mal ehrlich Auf die Schützen? Äh Ähm, Zugehilfe Natürlich Tageslicht, das ist die Tageslicht, das ist eh immer besser Und ich fühle mich da auch wohler Ja, das hat er jetzt gespeichert, das heißt ich mache das Spiel verlassen und das ist dann die erste Folge in dem Fall Ja